Der Mythos kostenlos Der Glaube, dass die Regierung irgendwie Geld ausgeben kann, ohne dass jemand dafür bezahlt. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen von der wunderschönen Beschreibung über die Regierung gehört haben, die der französische Ökonom Frédéric Bastiat vor etwa 150 Jahren gemacht hat. Er sagte, eine Regierung ist die Fiktion, durch die jeder glaubt, dass er auf Kosten von allen anderen leben kann. Und das ist der Mythos kostenlos. Der Mythos, dass irgendwie die Regierung Güter und Dienstleistungen anbieten kann, dass sie Geld ausgeben kann, ohne dass jemand dafür bezahlt. Die konkrete Form, die dieser Mythos annimmt, ist sehr spezifisch. Sie hat zwei Teile. Der erste Teil ist der Glaube, dass man irgendwie Unternehmen besteuern kann, ohne dass Konsumenten oder Arbeiter oder Individuen dafür bezahlen. Irgendwie ist ein Unternehmen ein großer Topf, ein großes Füllhorn, das ohne Kosten besteuert werden kann. Und der zweite Teil dieses Mythos besagt, dass man Geld ohne Kosten erschaffen kann. Wenn man die Druckerpresse anwirft und Geldscheine produziert, die es Menschen ermöglichen, reicher zu werden, ohne dass jemand ärmer wird. Lassen Sie mich das erste Problem erläutern. Kann man Unternehmen besteuern? Was sind Unternehmen? Es gibt kein Unternehmen, das man besteuern kann. Es gibt Menschen. Nur Menschen können Steuern bezahlen. Kann ich diesen Boden besteuern? Kann ich das Gebäude besteuern? Das Gebäude kann keine Steuern bezahlen. Nur Menschen können Steuern zahlen. Wenn man also über eine Unternehmenssteuer spricht, muss sie von irgendwem bezahlt werden. Entweder bezahlt der Aktionär oder der Kunde oder der Arbeiter. Es gibt keine andere Art, wo es herkommen kann. Es gibt keinen Weihnachtsmann, keinen Osterhasen, der eine Quelle zur Verfügung stellt, durch die die Regierung Geld ausgeben kann, die nicht von irgendwem kommt. Irgendjemand muss bezahlen. Und dennoch hört man immer wieder die Forderung, dass wir nicht die Steuern für die Menschen erhöhen sollten, wir sollten die Steuern auf Unternehmen erhöhen. In Verbindung mit der derzeitigen Diskussion über die Sozialversicherung entsteht diese Fiktion. Es gibt die Fiktion, dass die Sozialversicherung zur Hälfte von Arbeitnehmer und zur Hälfte von Arbeitgeber bezahlt wird. Dass der Arbeitnehmer nur 5,75% bezahlt und der Arbeitgeber einen ähnlichen Anteil. Das ist Unsinn. Das ist Buchhaltung. Das hat nichts mit Wirtschaft zu tun. Das ist nicht die Realität. Der Teil, den der Unternehmer zahlt, ist Teil seiner Vertriebskosten. Wenn ein Unternehmer sich überlegt, ob es den Aufwand wert ist, einen zusätzlichen Arbeiter einzustellen, muss er in Bezug auf die Kosten nicht nur darüber nachdenken, was er dem Arbeiter bezahlt, sondern ebenfalls, welche extra Steuern er der Regierung bezahlen muss. Für den Arbeitgeber macht das überhaupt keinen Unterschied, ob er dem Arbeiter ein größeres Gehalt gibt und der Arbeiter einen größeren Teil direkt an die Regierung zahlt, oder ob er dem Arbeiter ein kleineres Gehalt bezahlt, aber zusätzlich dazu einen Teil an die Bundesregierung geben muss. Was ihn interessiert, ist die Gesamtsumme, die es ihn kostet, eine weitere Person einzustellen. Es ist also Tatsache. Es ist Logik, es ist Vernunft, dass die Steuern, die sogenannten Unternehmenssteuern, vom Arbeitnehmer bezahlt werden. Durch wirtschaftlichen Sachverstand, allgemeine wirtschaftliche Logik, war das schon immer klar, aber das wird auch immer in der Praxis empirischen Tests unterworfen. Ein Buch, das sogar von der Größe, aus dem Tempel des Glaubens an größere und mächtige Regierungen kommt, von der Brookings Institution in Washington, es wurde vor ein paar Jahren veröffentlicht, hat gezeigt, empirisch, dass die Steuern für den Arbeitgeber in Wirklichkeit von den Arbeitnehmern bezahlt werden, dass sie auf den Arbeitnehmer umgelegt werden. Und es gibt gar keine andere Möglichkeit, was jeder erkennt, wenn man darüber nachdenkt. Unternehmen bezahlen keine Steuern. Und trotz dieser Tatsache haben wir derzeit große Bewegungen im Parlament, die das Problem der Sozialversicherung beheben sollen, um einen größeren Anteil der Steuern auf Unternehmen durchzusetzen. Auf der angeblichen Basis, dass sie irgendwie dem Arbeiter erspart blieben. Das hat aber nicht diesen Effekt. Es wird lediglich der Anreiz, Menschen einzustellen, reduziert und somit auf den Arbeiter abgewälzt. Aber erneut, wenn man sich die Besteuerung von Unternehmensgewinnen anschaut, muss man unterscheiden zwischen demjenigen, der die Rechnung bezahlt und demjenigen, der am Ende die Kosten trägt. Es kann durchaus sein, dass ein Amtsträger eines Unternehmens für die Steuern auf Gewinne, die sogenannten Winne, die die Rechnung bezahlt. Aber wer trägt die Kosten? Er bezahlt sie nicht. Er ist ein armer Kerl, der vielleicht einen bescheidenen Ausgleich dafür erhält, dass er Rechnungen für 10 Millionen Dollar bezahlen darf, die nicht aus seiner Tasche kommen. Woher kommen die 10 Millionen Dollar? Sie müssen aus den Einnahmen der Güter und Dienstleistungen kommen, die die Firma verkauft. Und diese 10 Millionen Dollar sind 10 Millionen Dollar, die nicht mehr für Preisreduzierungen zur Verfügung stehen. Zum Bezahlen von Dividenden oder zum Bezahlen von Löhnen und Gehältern. Steuern werden von Menschen getragen. Und aus diesem Grund muss ich sagen, dass ich schon immer ein starker Befürworter der Beseitigung der gesamten Besteuerung von Unternehmen war, damit man offensichtlich und ehrlich gewahr wird, dass Menschen besteuert werden und dass man diese Tatsache nicht unter dem Deckmantel versteckt, dass man Unternehmen besteuert. Aber nochmal im Hinblick auf Geld. Kann man Geld ohne Kosten drucken? Es ist sehr günstig, diese Papierstücke zu drucken. Aber hält die Gesellschaft hier etwas für nichts? Nicht im Geringsten. Es ist bloß eine andere Form der Besteuerung. Wenn man Geld druckt, haben Menschen mehr Geld zum Ausgeben. Wenn sie mehr Geld für die gleiche Menge an Gütern ausgeben, gehen die Preise hoch. Und letztes Endes zahlen alle Steuern durch die Inflation. Nochmal, das ist nur eine andere Form der Besteuerung.